Es ist der Springreitauftakt in die Freiluftsaison auf der Kalten Herberge. Und das Wetter im Markgräfler Land könnte besser nicht sein für diesen Anlass. Für das südbadische Aushängeschild Hans-Dieter, genannt Hansi Dreher, ist das Turnier der S2-Klasse ein Pflichttermin. Gerade, weil es quasi bei ihm vor der Haustür stattfindet. Es ist für mich gerade 10 Kilometer zum Fahren. Ich bin eigentlich jedes Jahr hier, wenn ich Zeit habe. Und es ist ein Top-Turnier. Auch die Bedingungen, gute Vorbereitung auch für die Saison? Ja, kann man nicht besser haben. Wir haben hier einen großen Abreiteplatz, einen großen Springplatz, geht nicht besser. Das Springen an der B3 bei Kandern gehört zwar nicht zur obersten Kategorie, ist aber bei den Springern trotzdem sehr beliebt. Die meisten der Top-Reiter sind gleich mit zwei Pferden am Start. Auch Hansi Dreher, der den Auftakt macht und mit einer fehlerfreien Runde den anderen den ersten Anschauungsunterricht erteilt. Auch der Sieger der diesjährigen Baden-Classics in Offenburg, Niklas Krieg, ist am Start und schafft es ebenfalls ins Stechen, der fehlerfreien Reiter. Dorthin haben es auch fast alle Favoriten geschafft. Teilweise wie Hansi Dreher sogar mit beiden Pferden. Entscheidend sind nun die schnellen Wendungen. Wenn die sitzen, dann kann man hier gewinnen. Insgesamt zehn Paare im Stechen und Dreher, der Eimeldinger, macht wieder den Anfang, legt mit 40,32 Sekunden eine erste Messlatte für die Konkurrenz auf. Beim zweiten Springer im Stechen dann eine echte Schrecksekunde. Hans-Otto Werner stürzt mit seinem Wallach Quintara beim zweiten Hindernis. Zum Glück sind weder Reiter noch Pferd ernsthaft verletzt. Der Wallach danach auch ohne Reiter schon wieder ganz munter. Als nächstes ist Walter Gabatula an der Reihe. Der Schweizer Altmeister, schon lange bei den internationalen Topspringen dabei und mit einem für seine fast 60 Jahre erstaunlich aggressiven Ritt. Zweifache Kombination bewältigt. Und zum Schluss der Ziel-Ochser 39,88. Gabatula geht in Führung. Und an dieser Zeit sollten sich fast alle anderen die Zähne ausbeißen. Fast. Denn dann kommt Hansi Dreher mit seinem zweiten Pferd Colore 2. Er weiß, er muss verdammt schnell sein. Die Kurve eng genommen im Galopp zum Schlusssprung. Es würde reichen, er ist schnell unterwegs. Aber dann der Fehler. Mit der Hinterhand wird ihm der Ochser zum Verhängnis. Der Eimeldinger geht trotzdem optimistisch in diese WM-Saison. Meine Leistungen von den letzten Jahren möchte ich halten. Und wir haben dieses Jahr noch ein Championat. Und wenn ich da irgendwie eine Chance habe, hinzukommen, dann werde ich das probieren. An Walter Gabatula kommt an diesem Sonntag niemand mehr vorbei. Der Schweizer gewinnt im Stechen und ist somit der erste Sieger in der noch jungen Freiluft-Saison der Springreiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020